Hallo miteinander, ich bin Alexandra und im dritten Lehrjahr zur Fachfrauenbetreuung in der Joy Kinderkrippe. Wir fördern junge Menschen, die den Einstieg in die Dussewelt suchen und bilden sie aus. Kein Tag ist gleich wie der andere, darum solltest du Freude daran haben, immer neue Lösungen zu suchen. Und gern spontan zu sein. Die Herausforderung ist, jedem Kind gerecht zu werden. Uns in der Joy ist es wichtig, jedes Kind so zu nehmen, wie es ist. Du solltest also geduldig und empathisch sein, dich auch in Kinder versetzen. Wichtig ist, dass du dich für Menschen interessierst, gern im Team schaffst und lösungsorientiert bist. Du wirst in allen Lehrjahren von einer Ausbildnerin angeleitet. An regelmässigen Sitzungen besprechen dir den Ausbildungsstand und die nächsten Aufträge. Wir arbeiten in einem Team, darum ist es sehr wichtig, dass du gern kommunizierst und dich mit deinem Team austauschen. Wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe, dann bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns!